Ja, natürlich muss ich alles nochmal machen, ist eh klar. Ey, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass mir die ersten beiden Typen keinen mitgeben, ey. Scheiße, Mann. Das Problem ist, ich hab halt schon von Anfang an nicht das volle Leben. Ähm, also vielleicht könnte es nötig sein, dass ich, ja, ähm, vorher in den Burgerladen oder so gehe. Ich versuche das zu vermeiden, aber es könnte letztendlich halt die einzige Möglichkeit sein. Scheiße, ich hab schon wieder die Ausfahrt verpasst. Wie gesagt, ich hasse Boxkämpfe in dem Spiel, die sind behindert und doof. Mag keiner. Aber gut. Wir versuchen das nochmal so und wenn es nicht klappt, dann werden wir uns vorher mehr Leben holen. Ich schätze mal, der dritte Typ ist auch der letzte in der Runde, da hoffe ich zumindest. Ja, scheiße, Mann. Also, wenn der mich natürlich schon platt macht, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weitermachen hier. Ich weiß auch nicht, ob mein Leben nach dem zweiten, äh, nach dem ersten Typen wieder aufgefüllt wird. Ich glaub's nämlich nicht. Von daher war das schon wieder scheiße gerade hier. Komm, schlag zu. Der blockt mir auch viel zu viel, der Wichser, ey. Alter. Ja, wir werden's ja gleich sehen. Wenn wir jetzt aufgefüllt werden, ist gut. Wenn nicht, dann kann ich eigentlich direkt neu starten. Okay, das Herzschlagen ist weg, das heißt, er ist aufgefüllt, ne? Kann das sein? Ich hoffe es. Aber wenn der Low-HP hat, dann hört man immer seinen Herzschlag. Ja, er ist aufgefüllt, okay. Ja, und natürlich nehmt er mir direkt wieder was weg, ey, du kleiner Pisser, ey. Ich würd so gerne jetzt einfach hier meine Tommy-Gun rausholen und die ganzen Typen hier wegballern, ey. Ja, ist eh klar. Alter, der Typ... Dann, dann trifft er nicht mal mit dem Gegenschlag, was soll denn... Yo. Och, Jimmy, ey, du bist echt ein Lappen. Doch, scheiße. Wo ist denn hier ein Fressladen in der Nähe? Natürlich nirgendwo. Was soll denn der Scheiß? Hier ist ne fucking, äh, Fabrik oder Lagerhalle. Da muss doch hier direkt instant daneben irgendwie ein fucking Burger King oder so sein. Mann, ist das behindert. Das Auto ist kaputt. Oder? Keine Ahnung. Ja, da soll ich's jetzt nochmal... Ich weiß halt nicht, ob ich selbst, wenn ich jetzt essen gehe, ob das nicht nur für den Ersten zählt. Ja, und so wird's halt auch sein. Das zählt nur für den Ersten. Deswegen, äh... Ja. Können wir's auch direkt starten. Boah, ich hätt echt die andere Mission erst machen sollen. Das ist so'n Scheiße hier. Naja. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Uns bleibt ja gar nix anderes übrig, von daher. Können wir hier nochmal schön in die Menge reinfahren. Hoppala. Tut mir leid. Ich hab nichts gemacht. Oh, ja. 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 Alter. Was soll denn das? Warum ging das am Anfang grad so gut und jetzt geht's gar nicht mehr? So, komm, jetzt... Viel hältst du doch jetzt nicht mehr aus, oder? Bist doch ein Lappen. Oh, schöne Kombo noch rein. Ich würd'n. Ich würd'n halt gerne mal in ein Auto ran drängen, damit ich den richtig platt machen kann. So. Das war's. Wie, das war's? Das war's eben noch nicht. Ich hab' den Finisher verpasst. Ich dachte, das wär's schon gewesen, Mann. So, jetzt. Und wenn er das im Hintergrund die ganze Zeit hört, das ist mein Hund, ey. Das fuckt mich ein bisschen ab, dass das vom Mikrofon so laut aufgenommen wird. Der Typ ist einfach viel zu schnell, der scheiß Chinesi hier. Da brauch ich mit, äh, mit, äh, mit schweren Treffern gar nicht anfangen, weil da hab' ich eh keine Chance. Vorher verpasst er mir wieder einen Kinnhaken hier. Also lieber viele kleine Treffer. Sollte er eigentlich auch letztendlich dann zum Erfolg führen. Okay, das hat sich ein bisschen gelohnt. Komm, jetzt noch einen schweren. Jawollo. Und das gleiche jetzt bitte mit dem letzten noch. Du kannst das, Jimmy. Ich glaub' an dich. Ich glaub' an dich. Absolut. Muss jetzt einfach wirklich defensiv spielen. Dass der, ja. Ja, erstmal einen schweren Kinnhaken. Sehr gut. Boah, Junge. Der Typ ist krass, Mann. Ja, das hab' ich doch jetzt schon wieder verloren. Keine Chance, Mann. Jawoll. Ja. Oh Mann, die Anspannung, ey. Ich kann schon fast nicht mehr atmen hier. Der wird mir eh gleich einen mitgeben und dann war's das wieder. Yes. Komm, bitte. Oh, ich hoffe, das war der Letzte, ey. Jawollo, das war der Letzte. Junge. Für mich war das eigentlich schon wieder verloren, aber... Ich hab' das Auto gewonnen. Holy shit, Mann. Was ist das denn? Nice. Ich hab' ein Auto gewonnen. Ja, danke dafür, ne. Sogar schon voll getunt. Nice, nice. Nicht schlecht, äh. Ja. Ich hoffe, ich schrotte das jetzt nicht gleich. Äh. Soll ich das? Ja, ich muss das... in mein Zuhause fahren. Auf jeden Fall. Und auf dem Weg dorthin... Nee. Eigentlich... brauche ich ja nix, aber ich werde das auf jeden Fall in mein Haus rein speichern. Weil, das wollen wir ja nicht unbedingt verlieren, jetzt. Hat sich der Boxkampf ja dann doch noch gelohnt. Wobei, so toll fährt sich das Auto jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also... Äh... Ich werde mich noch umziehen. Die hat schon wieder gesucht. Au, 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 au. Tut mir leid. Schöne Bremsspuren hier. Nicht schlecht. So. Fräulein. Komm, nimm mal hier so... so ein Pinkels da, oder was das ist. Hä? Ich hab doch das Weiß oder das Pinkel... Ist auch egal. 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 Ja, pass mal auf, dass du mein Auto nicht anfährst, du. Der ist hier... ...gond schön schnell unterwegs mit seinem LKW. So. Jetzt fahren wir noch schnell. Sag ich, was du da aufhörst. Ach, shit. Geschwindigkeitsüberschreitung gibt's ja auch in dem Spiel. Hatte ich schon wieder völlig ausgeblendet. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier noch mehr machen können. Bei der Werkstatt. Ja, schüttel die Cops ab. Ja, dammit. So, sind sie jetzt abgeschüttelt. Der auch noch. So, jetzt hat aber... Jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass wir noch Cops am Arsch haben. Wunderbar. Können wir natürlich gleich wieder die Nummernschilder jetzt ändern. So. Der war noch gar nicht getunt. Jetzt ist er erst voll getunt. Okay. Auch gut. Vielleicht fährt er jetzt ein bisschen besser. Das könnte natürlich durchaus sein. So, unsere Kartenmarkierung müsste eigentlich... Holy shit, der rutscht. Der rutscht ja wie in Orsälen. Was hab ich jetzt schon wieder gemacht, ey? Alter, das Auto. Das will ich eigentlich gar nicht haben. So kacke, wie sich das fährt hier. Holy shit, man. Ja, komm. Park ist einfach. So. Wunderbar. Dann gehen wir noch was fressen. Dann gehen wir speichern. Und dann werde ich mal die Aufnahme cutten. Ich werde aber gleich weitermachen, glaube ich. Noch eine Stunde oder so. Damit ich ein bisschen Vorrat habe. Nicht das Fenster aufmachen. Das hast du im letzten Pfad schon gemacht, Jimmy. So. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Verrate.